Hey Leute und herzlich willkommen hier zu einer, ich weiß nicht ob langen oder schnellen oder kurzen Runde bei LiarCraft Run. Wir drehen uns mal, wir spielen hier mit dem lieben Niki Nato, der glaube ich sowieso schon da drin ist. Und das ist eigentlich tatsächlich ganz praktisch, weil er meinte, wow Niki, komm, wir spielen jetzt mal hier ein kleines bisschen Jump'n'Run-Gedöns. Das ist natürlich ganz cool, dann kann ich das mir nicht einmal aufnehmen, weil ich euch halt das auch einmal zeigen wollte. So, ich habe die Arena Crystal betreten. Ah, ich bin verwirrt. Schnellzerspieler Niki Nato hat die Hälfte schon geschafft. Oh lol, ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen. Okay, ich habe schon zwei Punkte erreicht, mal gucken, ob ich ihn irgendwie, ja, ob ich es allgemein hier irgendwie schaffe. Nein! Äh, nein. Haha, nein. Aber hey, ne, der liebe Niki Nato war schon vorher hier drin gewesen. Ist auf Platz 1 gekommen. Aber ja, okay, ich habe wenigstens 40 Punkte dabei erhalten. Platz 1 allgemein bei, oh, bei der Forresterin, ist ja interessant. So, hat jemand Kekse, normale zum, oh nein, zum Tauschen, das gibt's doch nicht. Äh, so, äh, machen wir doch mal weiter. Das ist einfach immer so, dass, ähm, man so zwischenzeitlich immer ein paar Sekunden Zeit hat, bevor der nächste Run dann beginnt. Es ist doch so, genau. Acht, sieben, sechs. Oh toll, jetzt wollte ich gerade den Job einen Run schaffen. Uh, es ist auch so, dass, ähm, jeder hier in den gleichen Run immer drinne startet. Und, ähm, wenn der Run schon begonnen hat, kann man natürlich logischerweise einfach dazu joinen. Das ist jetzt nicht so das, oh nein, ist jetzt nicht so das Problem. Und dann wird halt immer so, naja, die Top-Springer, äh, angezeigt, Platz 1 bis 3. Oh Gott, oh Gott! Und, äh, ja, so, ich finde das Spiel recht cool. Und vor allem ist das mal eine kleine, äh, ein bisschen was anderes halt, als zum Beispiel immer nur Survival Games oder, äh, äh, Mob Arena. Das war gerade selbst von mir doof gewesen. Ähm, und es macht eigentlich auch eine Menge Spaß. Vor allem, wenn man jetzt mit mehreren No-Indien spielt, kann man immer schön gegeneinander laufen. Und dann halt immer sehen, nein, der hat schon die Hälfte geschafft. Äh, wer jetzt hier halt der Beste ist, sozusagen. Und das finde ich immer eigentlich auch ganz cool, dass das mal so ein kleiner Run ist. Und vor allem mit Speed macht das Spaß! Oh mein Gott! Vor allem hat er jetzt schon die Hälfte geschafft und ich glaube, ich schaffe das nicht. Beziehungsweise, ich werde das schon schaffen, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt erst da unten ankomme. Aber, ja, der liebe Niki Nato hat schon wieder das Spiel gewonnen. 40 Sekunden haben wir jetzt wieder Zeit. Ich kann uns hier ein bisschen rumgedönsen. Jetzt hier zum Beispiel, äh, ja, muss ich, naja, diesen Lobby halt hier anschauen, na. Und dann halt den Jump'n'Run schaffen, wenn wir wollen. Ach ja, es fällt mir auf, ich glaube, ich sollte mal so ein bisschen üben. Ist ja schon fast ein kleines bisschen peinlich hier nur hier. Ich war mal so gut. Das ist, ah, das ist genauso wie jetzt Survival Games oder Rush oder, äh, Diawars oder Rage Game etc. Pee pee. Ähm, merke ich selber, dass ich echt mal mehr Minecraft spielen muss. Um hier wieder allgemein voranzukommen. Weil ich doch, äh, ja, man merkt das, ne. Wenn man erst mal ein bisschen draußen ist oder so, die Skills hat man auf jeden Fall verloren. Und, äh, ja, das ist das halt hier. Mal gucken, wo jetzt hier der Speicherpunkt ist. Da ist er doch. Hab ich ihn erwischt? Oh ja, ich hab ihn zum Glück erwischt. Oh mein Gott. Das war gerade echt Glück gewesen. Ich glaube, das hier ist einer von den schwersten. Glaube ich doch. Zu wissen, dass da irgendwas gewesen ist. Ja. Konzentration bin ich gerade hier ein bisschen. Konzentration. Bin konzentriert, meinte ich. Ja. Hier ist gleich schon der zweite Speicherpunkt. Und ich fall natürlich runter. Ja, manchmal hilft auch ein bisschen einfach nur, äh, langsamer zu laufen. Aber dadurch, dass hier halt Speed dann ist und man drückt so eine, sagen wir mal, so eine halbe Taste irgendwie nach links oder nach rechts, äh, ist das dann doch schon manchmal der aufschlaggebende Punkt dafür, dass man halt runterfällt. Und ich glaube, hier gibt es trotzdem irgendwie, äh, ein Trick bei der ganzen Sache. Wenn man zum Beispiel jetzt hier nur links oder nur rechts läuft immer und da dann so wechselt. Hier gibt es bestimmt irgendwie sowas. Kann ich mit euch wetten? Nein, jetzt habe ich den Nikenata schon überholt. Ah, jetzt ist er runtergefallen. Hihi, 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 hihi. Okay. Also das hier muss ich jetzt auf jeden Fall schaffen. Sonst ist es ja langsam. Nein! Ah! Das gibt es doch nicht. Das schafft er bestimmt. Ja, hat er. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin ja so stolz auf dich. Hast du ja ganz toll gemacht. Naja, ja, überholt. Ich wollte dich einfach nur gewinnen lassen, damit du nicht denkst. Das ist halt so schwer. So, ähm, was war da gerade? Genau, auf Platz 1. Also bei dieser Arena ist, ähm, im Moment der liebe Mr. Boomy auf Platz 2, der Niki-Narathon auf Platz 3. Yes, so. Das ist natürlich immer ganz cool zu sehen. Es kommt dann immer so zum Ende jeder Arena halt, ähm, die Platzierungen. Also wie lange das gedauert hat, bis derjenige das durchgeschafft hat. Und darüber ist halt, äh, die Information dafür, ähm, wer jetzt mitgespielt hat und welche Platzierung man halt da drin hat. Und diese Arena kann ich gar nicht leihen. Ich sag einfach mal, meine Tastatur hat Schuld. Oh mein Gott, das ist ja hier voll peinlich. Nein, da war doch der Speicherpunkt gewesen, der erste. Äh. Meine Tastatur hat Schuld. Scheiße. Vor allem, man denkt, ja, okay, jetzt eben einmal schnell, weil man weiter hinten ist, äh, schnell irgendwie einmal durchrunnen. Funktioniert leider nicht immer. Ja, super, hat schon die Hälfte geschafft. Und ich bin hier immer noch am Anfang und ja, herzlichen Glück, Strumpf. Ich bin auf Platz 3, ich hab einen Punkt erhalten. Der beste Spieler hier ist der liebe Mr. Boomy auf Platz 2, danach der Niki Nata und danach der liebe Max Thorn. Mit 119 Sekunden alleine, ich hab ja das Spiel noch nicht mal überhaupt gar nicht geschafft. Also den Jump hier. Wie können wir euch, oder beziehungsweise, wie können wir euch, genau, ich kann euch mal kurz zeigen, da hinten. Hier ist natürlich auch so ein kleiner, schon ein Run mit Drunno eingebaut. Den ich auch nicht schaffe. Ich glaube, ich sollte aufhören damit und erstmal ein bisschen testen. Nein, ich wollte dir das doch zeigen. Bitte. Oh, Mist. Okay, hätte ja klappen können. So, das wird jetzt hier der letzte Run sein. Also wie gesagt, wir haben hier, ich glaube, 10 verschiedene Arenen gibt es hier tatsächlich oder 16. Und es können natürlich immer wieder welche mit dazukommen. Jetzt im Moment haben wir ja erstmal ein paar neue mit hier auf dem Server. Ich denke, das müsste auch erstmal reichen, bevor man jetzt hier erstmal wieder Langeweile hat. Aber es ist natürlich auch für uns gar kein Problem, jetzt denn hier für euch neue Jump'n'Runs zu entwerfen. Und das heißt, hier wird es eigentlich bei diesem Game wirklich nie langweilig werden. Was natürlich auch sehr cool ist. Er hat schon wieder die Hälfte geschafft. Was ist denn das hier für ein Mensch, du? Das macht mich langsam ein kleines bisschen traurig. Oh, ich habe genau den gleichen Fehler. Ich habe das gerade gemacht. Wieder lieber Robin. Ach Mist, ey, das gibt es doch nicht. Anstatt hier dann einfach links lang zu laufen, ne? Nein, man macht das nicht kompliziert. Läuft irgendwo anders lang. So, äh. Ach du Heilige. Naja, vielleicht ist das auch eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich werde mal ein kleines bisschen trainieren für euch mit euch. So, wir werden dann jetzt in einmal das verlassen. Äh, slash Speech Run. Lieb. Du, du, wir sind draußen. Und dann kann ich euch das auf jeden Fall, ja, natürlich ein paar Herzchen über den Kopf, einmal hier mit den Statistiken zeigen, wie das funktioniert. Moment, äh. Start, verlassen, Games Lobby. Ach so. Ach, das Schild hatten wir ganz vergessen. Uh. Naja, auf jeden Fall gibt es dann hier später so ein Schildchen, da kann man draufklicken. Dann haben die Punkte sozusagen auch was zu sagen. Das kommt noch mit dazu. Wie gesagt, der Gameserver ist ganz fischoffen. Und, naja, so Kleinigkeiten sozusagen, so wie diese Schildchen oder so fehlt zwar noch, aber ich denke, das ist jetzt nicht so das Problemchen. Auf jeden Fall, äh, ja, wenn ihr mal Bock habt, hier mit uns BC Run ein bisschen zu joinen, ein bisschen zu spielen und vielleicht, ja, besser zu sein als der eine oder andere. Also, kommt doch mal auf Balaicraft, wir würden uns freuen, die Community freut sich auf euch, ich freue mich auf euch und dann sage ich Tschüss, Bye und bis zum nächsten Mal. Tschuhu.